Hallo, hier ist die Mündung. Jack heißt die, der ist immer noch Jack. Aber die musst du freischalten durch den Battle Pass, diesen neuen. Ja, ja, ich hab alles freigeschaltet. Ich hab den Battle Pass schon durch, Digga. Entschuldigung. Ja, aber der ist seit zwei, drei Tagen erst, ne? Den Battle Pass. Oder ich hab den nicht. Ich sag Proberate, Digga. Ich muss, glaube ich, noch freisteigen. Türkische Frauen, türkische Frauen sind anders. Meine ist auch türkisch. Meine ist nicht türkisch. Das war's, du. Nur weil du dir ein Kopftuch gibst, wenn du siehst. Ich weiß nicht, ich hab von jedem Stream Sound an, Digga. Er ist ganz krank. Voll dumm, eigentlich. Wallah, was soll ich machen? Er ist voll schlau. Dann, er hört alles. Er hört alles selbst. Warte, bei dir ist jemand. Wer fightet gerade da, den Gegner? Ich? Ich Sam. Nein! Hier, Digga. Och man, er... Er war einfach One-Shot. Paira, bitch. Hier, bei mir. Hab ihm nichts gegeben. Digga, lag. Knockdown. Oben auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Einer knock, andere low. Ach, hinter mir, Digga. Noch einer, noch einer, noch einer. Digga, ich hab dir das noch nicht gesagt. Ja, noch einer, noch einer, noch einer. Oh, mein Gott, Digga, was war das? Ich sag uns. Nein! Digga, wie... Hä? Ich hör ihn nicht. Hier ist einer, der ist einer, der ist einer. Aber du kannst mich holen hier eigentlich. Der war weiter hinten. Ja, wir sehen. Oh, mein Gott, Digga. Ich bin in die gleiche Cluster wie hier zweimal gelaufen. Digga, wieso sind da so viele, Digga? Was ist das? Ey. Jo, ja, alles klar. Danke, Game. Ja, Digga. Ja, Digga. Ich wäre fast tot, Digga, weil ich drei Sekunden lang nach der Box einfach nicht laufen konnte, Digga. Oh, Mann, ey. Was ist das denn? Haben wir Lode gekauft? Hier sind zwei Leute. Beide shitbraked. Ey, ich hab... Keine Ahnung, warum. Ich hab sie ins Freundin gefunden bei COD. Ja? Ja, hab ich in die Gruppe geschickt. Preise angepasst. Das wird Kopftuch, oder was? Ja, einfach was will. Ja, ich schwöre sogar. Hier, hier, hier. Ja, hier kannst du. Wo ist denn der Lowdown? Wo ist denn der Lowdown? Ich sehe, wo sie wiederbeleben. Ich sehe, muss ich hoffen. Ja, ich komme wieder hoch. Da, wo ist der Lowdown? Einer, einer von den Noc. Ja, ich... Ist auch markiert bei dir, ne? Ja, die... Die kommen hoch. Ja, aber hier ist nix. Ja, wow, Digga. Hier außen. Oh, Digga. Was heißt außen? Er kommt hoch. Er ist schon oben. Ich bin schon tot. Warte, bei mir ist auf jeden Fall jemand. Also, die verfolgen mich. Ja. Das ist nicht gut. Warum das auch... Oh mein Gott, Digga. Was ist denn das? Noch einer. Zwei Toten, einer. Dritte noch. Hier, hier, vor mir. Direkt vor mir, Digga. Oh, scheiße. Alle tot. Da, verheizt. Okay. Am Fenster. Ich seh die gar nicht. Dreh sie auf uns. Möse... Ja, Möse. 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 Und dreh sie. Dreh sie auf Möse. Oh, Alter. Zone. Dreh sie, Digga. Dreh sie, Dreh sie, Dreh sie. Unter uns ist was, ne? Kann sein, egal. Über mir. Da haben zwei Stücke hinter dem Truck direkt. Einer peekt jetzt rechts. Beide peeken rechts. Einer links. Ja, es ist links. Ich kann sagen, ich guck rechts. Sie sind nicht. Ach so, warte mal. Wir müssen... Ich mach Dreh sie dahin. Mal LKW. Danke dir. Ich sporte von oben. Ich bin hier auf den Links. Hier ist noch einer in der Luft, Jungs. Einer in der Luft. In dem Haus sind zwei. Einer Snog. Hier, einer ist... Genau, hier ist noch einer in der Luft. Der hat gute Hits. Sehr gute Hits. Im Haus. Den behindert gar nicht. Ich hab sehr, sehr gute Position. Möse schlag auf mich. Im Haus Snog. Fast Snog. Sheeprick. Direkt. Bei mir zwei. Einer tot. Einer hinter dir, Bartu. Hinter dir, Abi. Im Haus. Im Haus. Hinter dir. Im Haus denn hier? Ja. Surprise, motherfucker. Nice. Nice. Da ist noch einer hinter dir, Bartu. Hinter mir? Ja, ja. Im Haus. Im Haus. Im Haus. Sheeprake. Sheeprake. Kommt, jetzt hinter dir ist den. Haben wir nicht gewonnen. Noch einer. Ne, andere Seite der Wand vielleicht. Hä? Hier. Nein, ich block S hier. Nee, 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 nee. Er ist fast tot, er ist fast tot, er ist fast tot. Jungs. Alter, das war close, Dicker. Alle drei Grenzen, Digga. Dimm, dimm. Was? Zum Glück habt ihr mich da zum Glück. Behindert geile Runde, Dicker. Nee, Junge. War echt gut. Echt crazy. War besser als die beiden gestern, ne? 29 Kills. Bartu? Insgesamt. Die beiden gestern waren schon crazy, ne? Mhm. 29 Kills. Ist unsere erste Runde gerade, ne? Ja. Alles gut, Dicker, wir müssen nicht mehr spielen. Reicht für euch. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich schwöre. Komm gleich hin. Komm gleich hin. Der Stream ging jetzt auch schon 20 Minuten, das reicht doch. Sam, hast du alles aufgenommen? Ja, sicher. Mit deinem Highlight hochgeladen. Digga, das kannst du genauso, wie es ist, hochladen. Warte, bist du mal im Stream? Äh, Dicker, ich kann mir nicht alle Streams auf einmal anschauen. Ist doch auch stark. Eigentlich Bartu, kannst du sehr wohl alles Streams gleichzeitig gucken. Kann ich was? Ich gucke auch alles Streams gleichzeitig gucken. Es geht, wie? Ja. Ich muss oben rechts auf die vier Felder da. Wer hat ja nicht Musik im Hintergrund, der? Oh, ich bin da schon gegangen. Ist auch. Egal, ich habe den gekauft, ne? Jetzt muss ich echt noch mehr Aufgaben machen, wie es schon heißt. Erreicht den Operatorabschlüssel mit MP aus der Hüfte. Dann schön erstmal hier Kimbo, PSP Swarm. Und dann hat sich das. Sehr nice. Siehst du es? Ach, geil. Ja, dein Rahmen. Hast du gesehen? Hm. Ja, du siehst aus wie ein... Ach, das Bild oder was? Ja, das Bild meine ich. Ja, und der Rahmen ist halt auch bei dir, ne? Ja, der Rahmen ist auch. Digga, ist das ein Beul? Oder? Das ist Shenlong von Dragon Ball. Nice, Digga. Selber gemalt, oder? Ja, genau. Ich bin auch noch Künstler nebenbei. Ne, mir erinnern Sie die Sachen, die ich es mache. Digga, Respekt, unsere Antwort einfach, Digga. Ja, sorry, Digga, sorry. Der arme Junge fragt dich ernsthaft. Ja, ey, ist ja gut. Ich dachte doch, hat dein Sohn gemalt oder so? Nein, das hat... Ne, das hat Jansu gemalt vor... Vor Jahren mal für mich. Tashishi Sharshal. Ohne Scheiß, selbst wenn Tana fünf Minuten wiederkommt, ne? Genauso lange haben wir für die erste Runde gebraucht. Damit wir eine ganze Runde ohne ihn spielen können. Hä, was denn jetzt? Hey, Tashishi Sharshal, Alter. Ach so. Ihr werdet denn hier vorne machen? Ja, 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 dann geht doch jetzt... Wo denn jetzt? Ja, dann gehen wir hier noch unten, Digga. Hier ist cool. Ich bin Tashishi Shars, Jungs. Ich falte mich tot. Kommst du jetzt wieder her, oder? Ich bin doch bei euch, ey. Ah doch, stimmt. Wie ist hier? Sorry. Mir ist nicht schlecht. Boah, Digga, wir können aber drei Lolis kaufen. Kommt her. Geld, 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 Geld. Aua. Vorladung. Du bist ja witzig. Hast du einer von euch gehört? Ja, das war ich. Hätte nicht, habe ich gesagt. Nein, hast du nicht. Brücke vor! Ach, hier drinnen ist einer. Der hab ich gar nicht gesehen. Weil liegt... Oh, Junge. Ey, Uster, pass auf. Sehr gut. Ist hier noch jemand? Da unten. Crack-Zone, ne? Zone-Jungs. Nein, ich hole meine Scheiße wieder. Nein! Hinter, hinter mir. Ey, hier, hör. Shit-break da vorne. Shit-break. Ich hab keine Platten. Ich bin tot. Ich bin zelt tot. Oben. Auf den Berg, rechts. 10. Jetzt bin ich tot. Hat mal noch gekillt. Nein, nicht sterben. Nein. Nein. Ja. Lohnt sich, Lodi? Ich will halt schon meinen Loadout haben. Dann geh doch hier hin. Ist doch so. Ey, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Wir haben alle genug. Also, wir haben schon 9 Karte ganz zusammen. Ja, ich geh jetzt das 10 erstmal. Ey, wo seid ihr? Unten. Hab ihn. Nice. Da irgendwo. Oh mein Gott. Ich for sure. Bleib hier oben. Da ist noch einer. Ja, ja. Hier. Mach die Ablenkung. Mach die Ablenkung. Shit-break. Shit-break. Oh, ich hab ihn gehitet mit der Zem-Tex. Zwei, ne? Pass auf. Assist. Das sind mehrere Teams. What? Bro, what are you talking about, man? Ich komm mit. Ich komm mit nicht hoch. Oh mein Gott, Digga. Sind noch welche 10? Team, äh, Team-Wipe. Ne, stimmt nicht. Ist nicht Team-Wipe. Hier, lande was? Hier, lande was oben. Das war was. Hier, 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 kommt ein Team. Einer down. Noch einer. Er ist tot. Er ist mit. Einer noch. Noch. Tot. Okay, nice, 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 nice. Er ist runtergegangen. Ja, ja, Digga, nimm lass den, nimm lass den, wir gehen nicht runter. Das ist Todesurteil. Braucht ihr Muni-Kisse? Nee, ja, noch nicht. Nein, nein, ich wollte nicht runtergehen. Du bist tot. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Mein Bart ist doch hier runter, oder nicht? Ey, ich, ich, hier, hier ist nämlich was vor mir, Dreck. Ja, aber dann komm doch, ey, hoch, what the fuck. Ich komm nicht, ich komm nicht hoch. Da sind zwei Leute vor mir. Da ist einer down. Stehen, was, also ich würde oben bleiben, Stehen, Digga, wenn nachher Dings nichts ist. Ja, Digga, ich bräuchte aber echt Hilfe. Ja, aber wenn nachher die Zone kommt, sterben wir alle, weil wir unten sind. Nice, good job, Bro. Hey, du sonst unten, Bart, oder kommst du irgendwo hoch? Komm nicht hoch, ich bin tot. Komm nicht mehr, wir haben mich. Sorry. Die kommen? Wird ihr mich drauf? Stehen, sie kommen. Nein, ich bin nicht. Einen weiten Weg vor euch. Das ist ja ein Preci auf uns gemacht. Mann, das ist doch gut dumm, dass ich da runtergefallen bin, ey. Hier vorne ist einer. Nice, süß da. Noch einer links, nächst links unter. Mann, Digga! Oh, ey, ich konnte mich nicht bewegen, Mann! Ich hab mich gesehen. Nein! Die holen sich grad hoch, beide schillen sich grad. Links ist der andere. Stark. Sehr gut. Ja, ja, ja. Nein! Hinter mir war der andere. Ah, ich weiß nicht, ob es zwei verschiedene Teams waren, aber... Bro, zum schnellen Finishing, hol die, nimm dir mal Wurfmesser. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich hab auch immer Wurfmesser mit, aber ich benutze ihn nie, Digga. Ja, es war unlucky, Digga. Es war sogar echt knapp. Wäre ich nen Meter weiter nach vorne gegangen, hätte der andere Typ mich nicht abgelben, dann hätte ich den vor mir wahrscheinlich gefallen. Der Bar hat ja nicht runtergefallen, Digga. Ja, Digga, das ist echt gut. Ja, aber wieso gehst du... Wenn du runterfällst, gehst du nicht direkt wieder hoch. Das hab ich nicht verstanden. Oder, weil da unter mir... Ja. ...bei Leute waren, ich muss ins Wasser sprengen. Ach so. Oh mein Gott! Hahaha, wie krass! Haha, wie krass, Digga! Jo, Digga! Oh, ist der Labe, Digga! Oh, mein Gott! Wir haben nur drei Runden Warsen schon und nicht gespielt, haben alles gut. Ja! Als wärst du besser! Ja! 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 Hey, irgendwie ein Punkt dazu wär zu verzeihen. Das hat er wahrscheinlich. Nee, ist denn. Hm, der weiße. Ich geh rein. Snog. Der andere ist weiter hinten. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh mein Gott! Dreierteam! Zehn, komm mal her! Beim Heli. Einer Snog. Drei Stückchen. Einer low. Einer holt den jetzt hoch. Einer holt den jetzt hoch. Genau da, wo du ihn getötet hast. Kommst du wieder stehen? Was? Nee. Hat markiert. Alter, der hat mich gerade richtig gelasert. Der Snog, der eine. Da drin, genau. Ach. Hab ihn. Ist noch jemand da? Nee, Timo mal. Kann ich dich holen? Ja, ja, hol ihn mal. Einer Snog drüben. Einer Knock, ja. Hier vorne. Da unten. Oh mein Gott, Digga. Der lasert mich geisteskrank, Digga. Ja, auch mit der RAM natürlich. Ey, hier unter mir! Unter mir! Was? Tane. Ja. Unser Bruder hat ja demnächst Geburtstag, ne? Äh. Am 25. Ja, ja, ja. Achso. Ach, das warst du, Tane. Achso. Ja, scheiße. Ähm. Das ist ein Donnerstag, ne? Ja. Ja, also ich hab da keine Zeit. Wie ich... Ich muss was sagen. Was machen? Eine LAN-Party? Oder? Ja, also... Digga, for real. Ich mache LAN-Party. Aber... Jungs... Ist halt... Ist halt hier, ne? Was ist hier? Das war mein Papa. Stehen! Nee. Digga, der hat einen LMG, Digga. Ich hab so viele genockt da oben. Er hat 1 AP, 1 AP, 1 AP, 1 AP. Digga, es ist so neblig, ne? Ich seh nix. Abi, das Fenster hab ich. Fenster, Fenster. Das ist... Ich hab uns zwei genockt. Hinter mir. Hinter mir. Ich seh aber nix, Digga. Eieiei, Junge. Das war gerade krass. Das war nicht auch so neblig. Nee. Stehen, hier kommt was. One-Shot, warte. Abi. Nein! Ich bin auch so. Noch einer hier oben. Nein! Das war so close, Digga. Das war so close. Über die, über die. Auf der Veranda. Stark, Digga. Good job. Der war so close. Good job, Bro. Der war auch unbedingt wieder. Meine RAM, ich brauch meine RAM wieder. Ich bin aber tot, Digga, weil ich durch Fenster gesprungen bin, Digga. Hier, hinter euch, hinter euch. Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Markiert, markiert. Wo soll ich droppen? Er ist Solo. Er ist One-Shot. Er ist One-Shot. Er ist One-Shot. Nein! Ich hab Lodi, Jungs. Ey, man. Gleich liegt Lodi am Shop. Da links im Gebäude ist was. Links im Gebäude. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Er liegt da vorne im Gebüsch. Oh mein Gott, ich bin tot. Robin. War es auch einer Nock? Kontrolle, Kontrolle. Das ist den, wo ich markiert habe. Diese Panzerung. Das ist einer. Liegt einer Nock. Nicht, dass er sich selber holt. Oh mein Gott. Hinter uns. Hinter dir. Ab hinter dir. Ja, ich bin direkt tot gewesen. Ach so. Was? Wie konnte er mich denn holen? Ey, dieses Spiel ist so no sense, ne? Ich schwöre. Das ist wie einfach gold und ich war instant tot, Digga. Und dann hat er Bartow auch noch gold. Er hat damit Triplica gemacht. Ja, das ist weil die Waffe OP ist, Digga. Das ist so ein Schmutz, Mann. Digga! Irgendeinen Screen gehabt. Nichts mehr gesehen. Das ist crazy, Digga. Also unkoordiniert. Ey, diese Sequenz ist auch weg, ne? Das haben wir rausgenommen. Das Intro, Digga. Ja, dieser Bastard, der dir immer sagt. Die Mission ist klar. Nimm dir das kleine Zeug hier. Die Mission ist klar. Ja, stimmt. War das, war das auch bei Videoaufscherstehung auch so? Oder nur bei Dings? Weiß ich noch. Bei Videoaufscherstehung auch so? Bei Videoaufscherstehung. Okay. Oder nur bei normal? Normal haben wir ja nicht gespielt. Das ist ja auch Müll, Digga. Wir haben aber auch mal gespielt, oder? Das tut man nicht so. Digga. Kann ich sein, Olu. Olu. Der Gäste ist schon wieder so dunkel, Digga. Ja, ich sag's. Das ist so verkriegt. Ist schon wieder 16 Uhr, Alter. Nein, ich meine, das ist real life, Bro. Das kenn ich gar nicht. Wir wollten nur sagen, dass wir meine Softbox gefühlt wieder anmachen. Digga, das ist so neblig bei mir schon wieder. Ja, ja, aber ja. Ja, bei mir auch. Aber OOC. Oh mein Gott, Digga. Yo, Jungs. Achtung. 300 Leute. Ich bin tot. Einer Track. Zwei tot. Noch einer noch. Da irgendwo ist er. Da. Oh mein Gott. Aller Jungs. Oh mein Gott. Franzosen. Erstmal melden. Hat er bestimmt gecheatet. Oh, Digga. Okay, wie viel hält der bitte aus? Digga, halbes Magazin jetzt nicht mal Schildbreak, Mann. Warum musst du denn schreien? Digga, weil das dumm ist. Halbes Magazin jetzt nicht Schildbreak? Ja, Digga. Er landet auf dir, Abi. Er landet tausend Leute. Da sind tausend Leute. Gar keinen Sinn. Hinter dir. Hier ist gut die Waffe. Oh meine Fresse, Digga. Es ist so lächerlich. Er Franzose hat mich jetzt dreimal gekillt, Digga. Das kannst du mir echt nicht ausdenken, Digga. Natürlich wieder Schütze auf mich. Natürlich mich wieder fast tot, Digga. Natürlich, natürlich. Digga, Mann! Was ist denn das? Jedes Mal eine Sekunde! Ich bin tot! Instant, Digga! Wieder der Franzose! Oh Mann! Den aufm Dach! Hm, nicht oder? Schon hab ich. Ey, ich werd gejagt hier. Kann mir einer mal helfen, bitte? Ja, Digga, Digga! Komm, wir drüber. Nein, nein, nein. Hier hinten ist was. Hast du Platten? Einer pusht, einer pusht, einer pusht. Knock. Mein Gott, Digga, ich bin schon wieder tot. Irgendwo hinter uns. Hier ist ein Shop hinter uns, Jungs. Hier landet er. Auf mir, an dem schrieb Greg. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich werd abgeschossen, Digga. Er finisht mich. Digga, von wo denn, Mann? Von wo denn? Ich werd die ganze Zeit abgeaimt. Und er trifft doch jeden Schuss hier, Digga. Aber ich seh ihn nicht. Ich werd hier da ganz kurz chillen, Digga. Damit ich meinen Rachen abregt. Ja, klar. Ja, schon wieder, schon wieder. Wo denn, Digga? Wo ist er denn? Ja, Schildbreak ist er. Digga, er trifft jeden Schuss, Digga. Das ist doch nicht gegen's. Ey, wir stehen hier full behindert, Digga. Oh, ich wollte dich gar nicht kaufen. Scheiße. Ja, ich hatte eine Sekunde, Digga. Ich wollte dich echt. Ich hab mich einfach hier vertippt. Oh, mein. Digga. Einfach One-Shot, Digga. Jo. Digga, ey. Das kannst du echt niemandem erzählen, Digga. Der hat mich jetzt siebenmal gekillt oder so. Nice, Digga. Die ist gut. Digga, ich geh zum Shopper und hol die eigenen Waffen, Digga. Mach die das auch am besten. 3000? Was kann ich mir denn davon kaufen? Ja, ja. Eine Waffe auf jeden Fall. Echt? Macht aber schnell. Fuck, hab ich die falsche gekauft. Hm. Guter Call auf jeden Fall. Ich muss sehen. Liegt. Im Munitionskäste, Jungs. Liegt. Noch einer. Noch einer, noch einer. Rechts, 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 rechts. Shield Break. Einer P rechts. Um die Ecke. Alter, Mann! Oh nein, Digga. Da waren zwei Stück. Das war ein One-Shot, Digga. Das kann mir keiner erzählen, Digga. Er holt die Leute. Er holt die Leute. Das fünfte Mal jetzt. Warte, warte, warte. Ey, Jungs, halt mal die Schnauze, bitte. Oben, oben. Mann, Alter. Unter dir im Wasser, da. Keine Munition mehr. Schlag ihn mal. Auf'n Boot, auf'n Boot. Kommt immer näher. Nice, das ist tot. Das ist so, das ist so. Bin ich wieder alleine? Ja. Verdeckungssignal. Baller raus. Oh, ich komm wieder. Lande direkt bei ihm. Da sind Waffen im Haus. So nach zwei Teams ist es zwei gegen zwei Jungs. Geht ins Wasser, sonst nach rechts. Fenster weg. Ja, ist gut. Oha, lad. Oha, oha. Wo ist er denn? Da mit Platten auf, auf'n Boden, Bartu. Oben oder oben? Links in der Tür. Geh raus am besten. Er kommt rein, er kommt rein. Stopp. Eines oben auf der, auf der, er ist aus Runde gesprungen. Drinne, im Haus, im Haus, im Haus, im Haus. Nice, Jungs. Nice. Was? Wir gewonnen? Wir gewonnen? Was ist das denn? Das war die schlimmste Runde überhaupt, Digga. Dass wir das gewonnen haben, Digga. Zehnmal gestorben oder so, Digga. Bro, Aua. Ganz ehrlich, es hat gebockt. Zum Enden hat's echt. Es war so stressig, aber es war nice. Junge, stressigste Runde überhaupt gewesen. Der Franzose hat mich achtmal gekillt oder so. Panne will wieder nicht rausspringen. Dann jetzt wieder AFK. Oh man. Er sagt ja auch nix. Rausspringen. Okay. Die ist noch stabbed in Ralf. Ist er alleine, der Hund? Ja, ja. Aber er ist alleine. Nein, 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 er ist alleine. Er ist noch. Er ist noch. Er ist noch. Einer war noch. Einer sniped. Da hinten. Kann mich einer antippen? Warte, ich glaub außen hoch. In die Wand. Ich komm. Schon gut. Wie ist der? Mit ihm darfst du es noch? Oh, perfekt. 15k ist genug, oder ne? 18 kostet das auch immer, ne? Digga, hat nichts. Kostet 3. 12,5 safe, also. 3k? Ja. Digga, 15, Mann. Nee, halt's im Maul jetzt. Ach, nee, ne? Was denn? Was denn? Was heult's jetzt schon? Warum heult's jetzt schon wieder rum? Alles gut, du hast noch Glück auf. Ja, besser ist, Alter. Besser ist das. Sorry, sorry, sorry. One shot. Auf der Treppe. Ist betäubt. Down. Noch einer. Down. Nice, good job. Von denen kamen wahrscheinlich die Mörser ganz ein. Oben in der Luft. Auf mir. Knock. Down. Direkt auf mir geknallt. Ja, ich hab's gesehen. Da drüben. Crack. One shot. Digga, das ist viel zu weit weg, dass ich gar nicht... Bei mir. Nein, er ist hier Schildbreak. Steak. Ey, es sind so viele Schildbreak. Hol ihn dir erst, erst bleiben. Nein, 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 nein. 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 Ich warte, ich mach BZ. Nee. Ich guck von oben los. Ich guck von oben. Ich guck von oben. Da kommt einer. Warte. Down. Hier ist auf jeden Fall einer in der Luft. Nein, er ist da unten. Äh, nicht da unten. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, Digga, Mann. Ich komm rüber, Tanne. Oh, nein, oh, nein. 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 Besser? Digga, ich dachte, das wäre einer von uns, Digga, weil ich den gelben Namen gesehen hab. Digga. Holy shit. Oh, der ist runtergegangen. Aber hol mich bitte bitte. Ich, ich hole dich. Oh, Digga. Alleine da, ne? Direkt. Ja, ja. Jungs, 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 Jungs. Down. Danke. Hoppen Drohne auf mich. Ich hab Drohne gespielt. Hier wieder, hier im, im. Hab ihn? Oh, Digga. Keine Nutzer. Digga, habt ihr auf der Map gesehen, wie viele da sind? Ja, ja. Hier sind richtig viele. Check die Dächer alle ab. Bei mir? Digga, Jungs, Alter. Was geht hier ab? Auch hinter mir schon wieder. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Hier drinnen, Jungs. Oh, Mann, Digga. Ist jetzt oben. Er liegt ranach. Down. So. Nice, good job. Tana, Tana, von oben, von oben. Digga, wie kann man sich wieder machen? Über uns, über uns. Kaufe mir bitte einer. Digga, Tana hat 22k. Ja, dann hat er auch die Arschkarte jetzt. Hehehehe. Echt? 22 Kills? K. Achso. Digga, ich dachte, er hat 12 Kills. Ja, fast noch, Digga. Digga, ich hab nicht einen kill. Ich hab ja auch nur einen. Da ist ein Shop und da ist ein Shop. Ja, komm, Tana. Ihr seid ja in der Zone, Digga. Dann kann ich auch noch zum Lodi. Komm mit, Tana. Wer? Oh, Alter, Junge, die hat aber schnell geaimt. Von da drüben irgendwo. Direkt drüber. Ja, ne? Digga, das ist doch echt euer Tod. Ja, auf jeden Fall. Let's go. Ihr macht das schon, ihr macht das schon. Schnell. Schnell. Dann schaut, nur einer geht also. Nehmt die Beine nicht an. Junge, hier ist echt richtig krass, Digga. Ja, ja, ja. Ja, Digga, das ist Katastrophe. Da liegt einer. Da liegt einer. Wo, wo, wo? Da. Nock. Hier bei mir, bei mir. Nein, 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 nein. Hol uns schnell. Hol uns schnell. Hol uns schnell. Hol uns schnell. Kruda, hol uns. Ja. Bei mir liegt ganz viel Geld. Er kann uns auch holen. Er kann uns alle frei holen. Alle holen. Danke. Nee, ich kann nicht alle holen. Ich hab einen nicht geholt. Und der stirbt wahrscheinlich jetzt selbst, Digga. Ich flieg zum Lodi direkt. Digga, hier ist er todesbehindert nämlich. Hinter uns. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Was, du kannst mich noch machen. Digga, ich sehe nichts. Digga, ich sehe nix. Oh, auf. Ey, Junge, Mann! Ich seh gar nichts, Digga. Gar nichts sehe ich. Der Typ ist auch gerade noch gespawnt, Digga. Oh. Ist der auch nix, Digga? Digga, wie hat der die Tür abgekämt gerade, bitte? Also Tag nach die Runde sind des Lebens gehabt und der Rest wurden zwei einfach anwesend in dieser Runde. Digga, ich hab einen Kill, Steen hat null. Ne Steen hat vier. Ich hab einen. Die Geiz sind kürzhaft, Digga, ich hoffe. Ja, war echt crazy. Sehr gut.